Guten Morgen, wir starten in eine neue Woche, Montagmorgen. Ihr wisst wie gewohnt, 39 die Wirbelsäule. Wir brauchen heute wieder unsere Sierra Band. Ich hoffe, ihr habt eins, wenn nicht, dann kommt das nachher gleich bei uns vorbei. Es ist jemand irgendwo für euch, einfach anzukurzen und dann direkt über uns ein. Wie sieht's aus? Wer ist jetzt schon dabei? Schaltet euch doch mal langsam ein. Ich wäre bereit. Und dann schreibt uns doch mal, wer da ist. Schöne Mama zum Morgen, wenn du da bist. Und ansonsten, die übliche Montagsverdächtigung. Denkt bitte an euer Sportprogramm die Woche. Macht euch einen kleinen Plan, was ihr macht. Macht live mit. Live ist echt auch schön. Das macht Spaß, wenn wir das zusammen machen. Dann hat man so ein Gefühl, hier in so einer Gruppe, in so einer Gemeinschaft zu sein. Und ihr wisst ja, zusammen fällt dann alles ein bisschen leichter. Und wenn wir natürlich nicht nebeneinander sein würden, dann müssen wir halt online das Ganze machen. Schaut euch mal das Programm an für diese Woche. So, es ist schon alles online auf unserer Internetseite auch. Auf unserer App auch. Und natürlich auf Instagram und Facebook. Wer einen Herzfrequenz-Messer hat, der macht ihn doch jetzt gleich mal an. Und dann würde ich sagen, wir gehen los. So, Melissa, Kati, bis zum Morgen. Ich hoffe, ihr macht gleich mit. Wer bereit ist, fängt jetzt an locker zu marschieren. Und euer Tieraband könnt ihr gerne schon mal einfach doppelt vielleicht nehmen. Sodass ihr es so auf Spannung nehmen. So. Ja. Ich habe die Schuhe angelassen. Aber gerade bei der Wirbelsäule könnt ihr auch gerne ohne Schuhe arbeiten. Das ist ganz angenehm. Auch so ein bisschen für die Fußgewölbe. Der Fuß freut sich, wenn er nicht immer so ein Schuh gezwängt ist. Also macht das, wie es euch am besten kennt. So, die Schultern reisen wir mal zurück. Und ja, morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja. Und ja, morgen. Schön, große Kreise. Wenn du deine Schultern merkst, wenn du den Nagel mal immer spürst. Versuch das auch tagsüber ruhig mal zu machen. Gerade wenn du am Schreibtisch sitzt. Oder diejenigen, die im Oberoffice sind. Da hat man meistens keine bequemen Bürostüle. Sondern sitzt aus. Oder am Äste. Spricht hinten der Äste. Und schön die Schultern zurückbleiben. Immer noch. Das ist richtig. Wenn du dich warm bist. In den Schultern hüllen. Rechts links am Knacken. Lass mich nicht spüren. Dabei kräftig atmen. Und sorg dich für den schönen frischen Mondern-Morgen-Sauerstoffen. Hüllen. Mal noch vier Stück. Noch drei. Noch zwei. Und dann wirst du die Schultern eigentlich noch mehr hängen. Jetzt bring mal dein Band. Aufspannung. Du musst jetzt nicht richtig festziehen, aber sodass du schön gespannt bist. Wenn du keinen Band hast, ist es nicht schön. Deine Füße bleiben jedenfalls stehen. Und wir gehen gleich in die Knie beugen. Ja. Schiebe das Bein nach hinten. Nach dem Oberkörper. Nach vorne. Versuch deine Knie gerade zu halten. Vorwachen auf hier. Jedes Mal links. Ein bisschen tiefer. Bleib mal unten sitzen. Ganz gerade drücken. Und du ziehst es einmal nach rechts. Und einmal nach links. Einmal nach rechts. Einmal nach links. Du merkst schon. Das ist meine neue Lieblingsmusik. Für unsere Wirbelsäule. Mit der Geige. Schön zur Seite ziehen. Mit den geraden Lücken. Streck dich. Nach vorne zu schauen. Hoch, Brust, Korn. Nach vorne. Ziehen. Vergessen zurücktreten. Kniebeugen. Letzt dich tief und gut. Jetzt nimm die Atmen. Biss auf. Schultern. Leichtes Ziehen. Versuch das Band auf. Spannung. Halten. Kommt. Setz dich. Jedes Mal ein bisschen tiefer. Lässt dein Körper langsam schön aufgewärmt wird. Quatsch. Und noch mal Fischstück. Drei. Zwei. Bleib wieder stehen. Und jetzt gehst du wieder rechts. Und Mitte ganz langsam. Und Mitte. Nochmal. Super langsam. Zieh nach rechts. Kommt so ein bisschen zurück. Gestreckte Arme. Bisschen schneller jetzt. Rechts. Mitte. Und wieder. Versuch machen. Deine Becke. Ihre Hand zu lassen. Wenn du nach rechts drehst. Schieb so. Die rechte Becke helft dir ein bisschen nach vorne. Wenn du nach links drehst. Die linke Becke helft dir zum Ab. Noch fünf. Noch sechs. Leg ihn mit nach hinten. Schmack auf deinen Armen. Letzten drei. Letzten zwei. Komm wieder zurück. Fülle die Knie folgend. Hoch. Jetzt ziehst du das Band. Schön nach oben. Über den Kopf. Streck dich herbei. Brust kurz hoch. Kopf hoch. Mach dich schön lang. Ja. Noch mal acht. Sieben. Sechs. Fünf. Perfekt. So. Noch vier Stück. Immer wieder ein Stückchen tiefe Plätze. Und dann bleibst du wieder aufrecht stehen. Jetzt gehst du nach rechts. Zur Mitte. Oh. Nach links. Zur Mitte. Schau mal. Das ist der Abstand. Deine Oberarme. Atmen. Ohne. Ungefähr der gleiche bleibt. Das ist wie so ein Rahmen. Anderen Kopf. Rechts. Links. Ein bisschen schneller werden. Rechts. Mitte. Links. Mitte. Gut. Zieh dich richtig schön auseinander. Noch sieben. Noch sechs. Noch. Spannung. Auf den Armen. Handgelenke. Gerade bitte. Die letzten zwei. Letzte Runde. Kniebeuge. Die Arme müssen jetzt unten bleiben. Arme immer noch leichtes ziehen. Spannung. Letzten drei. Dann bleiben wir unten sitzen. Jetzt die gestreckten Arme. Hoch. Und hoch. Hoch. Und tief. Hört. Zieh nur die Arme. Lege deinen Kopf. Strecke deine Wirbelsäule. Mach dich richtig lang. Jetzt nicht ein bisschen tiefer. Acht Schritten. Sieben. Sechs. Hört. Die letzten vier. Noch mal Zeit, etwas nach unten zu rutschen. Die letzten zwei. Und jetzt stütz dich bitte ab. Mach den Rücken. Und gerade. Schiebe das Becken vor und zurück. Zieh deinen Bauchnabel nach innen. Erstmal schön den unteren Rücken betonen. Fest den Bauch einziehen. Und nütz bitte deinen Oberschenkel als Stütze. Damit du die Wirbelsäule schön locker bewegen kannst. Jawoll. Ein paar wiederholende noch. Und jetzt wirst du langsam. Ganz langsam. Rund. Und gerade. Nimm jetzt auch mal den Kopf schön mit. Versuche den Nacken hier zu bewegen. Das du beim Einrollen hinten nach der Rückseite spürst. Und beim Aufrollen schaust du so fest nach oben. Dass es bis zu deinen Schliffbeinen nach unten zieht. Und dann rollst du den Glieder langsam auf. Und wieder die Schulter in der Kammer zurück. Versuche dich zu lockern. Und jetzt nimm mal die beiden Enden. Und steig mit dem rechten Fuß ein. Jetzt musst du ein bisschen balancieren. Zieh das Knie nach oben. Und jetzt wickeln wir kräftig. Dass da ein richtiger Zug jetzt drauf ist. Deine Oberarme sind jetzt fest am Körper. Deine Handgelenke sind gerade. Schön noch flacher Fuß. Und jetzt drück mit dem Fuß nach unten. Genau. Versuch mal beide Beine zu spüren. Dein Standbein ist fest. Und die Verlängerung deiner Hirbelsäule. Oh, der rechte Fuß. Drück kräftig nach unten. Ich stelle dir jetzt vor die Sitzung in der Beinpresse. Feste. Feste. A2 sage ich da nur. Jawohl. Und dann drückst du feste dagegen. Mach dein Becken richtig stark. Bauch ist angespannt, Fuß angespannt. Und guck. Was macht dein Bizeps? Der ist fest. Der muss das Ganze halten hier. Hinten die Schulterblätter. Zünd auf Spannung. Jawohl. Und dann noch mal acht Stück fest nach unten drücken. Noch sieben. Noch sechs. Noch fünf. Letzten vier. Drück schön. Drei. Noch zwei. Und mal aussteigen. Locker die Beine. Und jetzt stellst du dich wieder auf dein linkes Bein. Und schwingst das Rechte vor und zurück. Wirklich locker schwingen. Spür mal dein Hüftgelenk. Hüftgelenk. Hüftgelenk sind so schön beweglich. Und versuch mal auch nach hinten zu schwingen. Hüftgelenk. Wer ist es? Schön locker. Und ein paar Sekündchen noch. Und dann wieder böse. Stell beide Füße wieder runter auf. Hüftgelenk. 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 Jetzt schön noch Spann und Biss. Und der linke Arm ist fest. Und dein rechter Arm zieht tief. Rechts zieht tief. Jetzt fühlst du dich wie ein Latzug. Die Füße. Die Füße. Schön nach unten ziehen. Und versuch mal hinten mit einem Schulterblatt nach unten zu ziehen. Feste bitte hier. Arbeite. Wenn dir die Spannung nicht ausreicht. Wickel. Mehr. Um den. Den breiten, den harten Teil deiner Handgelenk. Oder der Handgelenk. Schön nach unten ziehen. Jawohl. Jetzt nimmst du noch mal dein rechtes Knie nach oben. Vor deinem Körper arbeiten. Die Füße. Die Füße. Die Füße. Die Füße. Sieben. Sechs. Streck dich ein bisschen länger. Standbein. Wir besorgt dich. Eine Einheit. Zwei noch. Achtung, halten. Vor deinem Körper. Spannst du das Watt. Und jetzt über beide Ellenbogen kickst du richtig zur Seite. Ein Arm kickst nach oben in die Ecke. Der rechte Arm runter. Der rechte Skini ist oben. Streck dich bitte. Ganz klein. Kick. Kick. Deine Arme jetzt zu züge in die Ecke. Alles perfekt. Letzten acht. Letzten sieben. Letzten sechs. Letzten fünf. Noch vier. Drei. Schau, geschau. Und du noch mal runter. Wickel mal deine Hände aus. Schüttel mal deine Hände aus. Trink mal einen Schluck dazwischen. Und dann nimmst du wieder schön diese Staufe. Steigst mit dem linken Zustand hoch. Schüttel die Mitte. Geh das Knie an. Und wickel dich. Treff. Wohin. Power. Elbungen fest. Arme gebeugt. Handgelenke gerade. Gut drücken. Nach unten. Klapp. Schön. Richtig festziehen. Und guck mal auf deinen Oberkörper jetzt zu achten. Der steht gerade. Du bist noch ein, zwei Zentimeter größer geworden. Schüttel. Druck nach unten. Einige Beine arbeiten übrigens. Dein Standbein. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Vorbeizieren. Vorbeizieren. Meistig Gewicht. Abnoten. Einig in der Brühe. Vielleicht gar nicht so leicht. Schön fest. Gut. Und noch ein bisschen Kraft vorlaufen. Streck das Bein. Spür die Oberschenkel. Vorher, Seite links. Und lass noch acht Stunden. Sieben. Festen. Sechs. Fünf. Fünf. Bizeps. Nochmal anspannen. Handgelenk fest. Zwei. Jetzt. Und. Schau. Geschafft. Steig aus. Nochmal rechts Standbein. Schwing das Bein. Versuch nochmal locker zu lassen. Das ist gar nicht so einfach manchmal. Und was passieren kann, dass du auf dem Grünweg, von der Sperre spürst. Wie der Rücken sehr angespannt ist. Oder wie schon immer meine fünf Gelenken hattest. Versuch diese Übung gerne in Kammerkant zu machen. Schöne Bespielen. Und dann lockere deine Beine. Was immer du möchtest. Trink mal ein. Krupp inzwischen. Und dann nimmst du das Band wieder nach oben. Die Wendung musst du jetzt nochmal ein, zwei Mal wegwerfen. Linker Arm. Zieh tief. Schau mal, dass das Band immer vor deinem Gesicht ist. Und dass du sehen kannst, was hier passiert. Handgelenk rechts ist fest. Handgelenk links ist fest. Zieh höchst fast. So, Oberschenkel. Spür dein linkes Schulterblatt. Zieh es bewusst nach unten. Und was dann gerne passiert, wenn du das Schulterblatt so tief ziehst. Dann möchtest du gerne in so einem Rücken heute fallen. Und ziehst du von vorne. Dann kräft dich den Sauch mit ein. Linkes Knie tief. Gut. Wie schon gesteht heute Morgen? Hält dein Fest. Gut. Und rein. Und in der letzten hältst du eine schöne Diagonale von deinem Grund vor. Und die Ellbogen. Die sind jetzt in Bewegung. Steck Knie wieder ein bisschen höher. Da könntest du deine Maschenflaschen draufstellen. Und schön. Handgelenk. Ganz fest. Über den Ellbogen arbeitest du hier. Drei. Richtig aus. Acht. Sieben. Sechs. Wunderbar. Letzt. Vier. Drei. Zwo. Und. Bitte deine Schultern lockern. Bitte. Geh den Kopf ganz los raus. Und wickel deine Arme. Deine Arme an die Lecke. Schüttel ein bisschen aus. Die Magen haben noch eine kleine Rücken zu ziehen. Dafür nimmst du die Beine jetzt nach außen. Dafür wickelst du wieder das Band um die Hände. Erstmal so, dass es ungefähr, wenn du es jetzt ausstreckst, ausschraubelst. Und dann verschiebst du das Gewicht nach rechts und nach links. Ja. Richtig schön. Zur Seite. Hallo. Und jetzt bitte. Bitte morgen. Ja. Also, ich bin schon mal auf. Ich denke, wenn ich da war. Ja. Schön. Schön ziehen. Versuch, große Bewegungen zu machen. Stiege dein ganzes Körper nicht zur Beine, das Gelenk sind jetzt schön geöffnet. Also wieder, dass du hier wirklich da bist. Und dann bleiben wir mal auf der rechten Seite bitte. Bring die rechte Hand auf den Oberschenkel und bring wieder die Fingerspitze nach hinten. Und vielleicht musst du hier nochmal wickeln. Schau, dass es schön passt. Setz dich bitte tief. Und jetzt zieh den Arm nach hinten auf. Schön. Du kannst die Fingerspitze ausstrecken, wenn du das Band hier ein paar Mal herumgewickelt hast. Du schaust dir den ein rechtes Bein. Spür es, setz dich tief. Linkes Knie streckst du aktiv durch. Dafür brauchst du die Oberschenkel, die Vorderseite. Jetzt wieder zurück auf die rechte Seite. Die rechte Schulter ist tief. Und zieh schön. So ein bisschen extra nach hinten. Schau mit. Hoch geht es hin. Wo ist der nächste Punkt? Gut. Und der Arm ist fast komplett gestreckt. Und der Arm ist noch ein bisschen weiter. Letzte. Acht ist drin. Ein. Setz dich tiefer. Gut. Noch mehr Gewicht nach rechts. Letzte. Vier. Schön ziehen. Drei. Fester ziehen. Zwei. Verlag. Das Gewicht. Hängst. Rechts. Gut. Wieder. Die Beine arbeiten. Schau, dass du tief genug sitzt. Dass du die Beine hier auch immer wieder spürst. Das sind so schöne große Muskelgruppen. Damit kriegst du jedenfalls auch schönen Schwung. Und dann arbeitet dein Körper. Den ganzen Tag heute. Schön. Schultern ziehst du nochmal zurück. Schultern nochmal nach unten. Letzte. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Wir halten. Links. Rechtses Kniegestell. Sitzt dich tief. Fingerspitzen. Außen. Und hier schön mit dem Götzen. Langer. Zunder. Mit deinem Bein. Mit deinem Bein. Mit deinem Bein. Setz dich langsam. Noch tiefer. Bring den Oberkörper nach vorne. Und dann drehen. Schön auf. Spür die Spannung hinten in deinem Rücken. Runde um deine Schulter. Blätter. Wieder linke Schulter. Nach. Locker nach unten. Ziehen. Dass du einen langen Hals hast. Mehr Gewicht nach links. Öffnen. Jawohl. Schau. Nun nach oben. Geh in die Ecke. Richtung Bach. Hört. Versuch das. Wann aufschwunden. Bitte zu halten. Achtstück nach oben. Fünf. Sieben. Sechs. Schöne Rotation. Jetzt spann den Bauch kräftig an. Vier noch. Drei. Zwei. Und locker. Komm mal in die Mitte. Bewege. Bewege. Die Schulter. Zur Mitte. Dass du spürst hinten. Das Schulterblatt. Zieh jetzt trotzdem diese Beule weg. Einmal links und rechts und rechts und rechts. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. So. Oh. Dann roll ich richtig schön auf. Roll die Schultern zurück. Locke die Beine. Entlaste deine Hände. Und schon geht's weiter mit dem nächsten geilen Stück. Und den Übungen auf dem Boden. Wenn du tief gehst, ist die Beine ausverschließend. Fünf. Einmal links. So. Du hast den Ring and Walks. Jetzt ist eine gute Zeit. Setz dich auf deine Matte. Wenn es unbequem ist, für dich die Übung in dem Sitzen zu machen, haben wir ein bisschen in dir erkannt, nimm dir ein Wellness-Set oder Kass 1. Machst dir bitte so, dass du bequem sitzen kannst. Und wenn es dir schwer fällt, aufrecht zu sitzen, ohne Hilfestellung, dann nimm dir wirklich etwas, was du fühlst, desto besser kannst du dann Übungen machen. Ohne, dass wir etwas dabei liegen. Wir steigen hier ein, die Füße und Hüfte breit. Und wir lehnen die beiden Enden. Schön. Runde. Runde. So dass du es gut halten kannst. Handgelenke gerade. Jetzt dreh mal die Handfläche nach oben. Hüfte. Jetzt, wenn du kannst, streckst du die Beine. Wenn das gut geht, wenn du hier gut sitzen kannst. Wenn nicht, lässt du sie angewinkeln. Es wird hier ein bisschen. Oder setzt dich etwas erhöht. Jetzt ziehst du schön nach hinten. Und da kann. Schon ganz schön ungewickelt werden. Das ist ein aktiver Zug. Schön zurück. Die beiden Schulterblätter. Ziehst du feste zusammen. Und das ist nochmal so hell so richtig nach unten Richtung Boden zu ziehen. Gleichzeitig steck deine Wirbelsäule. Mach dich lang. Und schieb den Kopf mal so ein bisschen nach hinten. Ich hätte das ja komplett nach vorne. Das ist nicht gut für den Nacken, für deine Wirbelsäule. Also jetzt schieb den Kopf nach hinten. Das macht ein Doppelkind. Aber es gibt nicht keiner. Also mach ein Doppelkind. Ja. Nochmal acht Stück. Sieben. Fest beziehst du. Und noch vier Stück. Bruder, nur nach hinten. Kopf. Sehr schön gemacht. Jetzt gehen wir im Wechsel. Reiß nach hinten. Einmal links nach hinten. Automatisch. Dreht den Körper schon so ein bisschen mit. Da geht man mit. Stell dir jetzt mal vor, du lehnst. An einer Säule. Das heißt, deine Schulter hat Spielraum nach hinten. Und du wickelst deine Schulter, deinen Eckbogen. Und diese Säule nach hinten. Einmal weg, einmal links. Nütz deine Bauchmuskeln, um gerade zu sitzen. Sitze. Nimm den Kopf mit, weil dann schaust du automatisch auf den nächsten Punkt. Und beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter zu kommen. Acht Stück hast du noch. Und zieh. Sieben. Streck dich nochmal. Eben den Brustkorb. Bring an deinen Doppelkind. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und schön. Locker jetzt deinen Beinen während der Schneidersitz. Geh einmal raus. Und lass die Schultern, damit die ganz langen Linie richtig entspannt. Und dann legst du dich auf den Rücken. Für ein paar Minuten. Und natürlich haben wir nochmal das Teraband dabei. Finde in die Mitte. Und steig. Und noch mal mit deinen rechten Fuß ein. Finde in die Hälfte. Und vor. Und vor. Kannst du gerne noch einschreien, wo du schmutzst, aber zurück. Und du bist mit der Kette. So. Jetzt die Arme. Gestreck und das Wann auf Spannung. Und wieder. Wie vorhin auch schon. Zack. Hast du deine Ellbogen aus dem Boden. Schultern. Die sind bitte weg von den Ohren. Und an die langen Wirbelsäule. Und jetzt ganz klein hier. Wieder mal oben treten. Und das haben wir schon im Stehen gemacht. Gut. Und wieder. Schön gemacht. Einfach bitte. Dabei streckst du. Bitte deine Knie. Schön aus. Du wirst merken, da wackelt das Bein. Ja gut. Versuch zu stabilisieren. Arbeiten die Hüfte breit. Schön hoch. Wenn es dir zu wenig Widerstand ist, was machst du? Du spannst das Bein jetzt etwas fester. Gut. So. Ganz schön. Arbeiten. Immer. Letzten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Drei. Und dann befreist du mal deinen Fuß und deine Hände vom Band. Legst es einmal kurz zur Seite. Lässt aber das rechte Bein oben. Lässt du die Hände an den Kopf und wanderst mit linken Helmbugeln nach oben zu seinen Rechten. Knie. Zieh dich schon diagonal nach oben. Der linke Fuß steht bitte entspannt auf dem Boden. Wenn du etwas schwerer atmen möchtest, nimmst du das Bein mit nach unten. Lässt. Und wenn du merkst, dass du den Weg in deine Wirbelsäule gehst von der Matte ab, dann arbeitest du mehr über das Knie gerettet. Ziehst dran, streckst aus. Gehen wir mal. Nochmal. Sieben. Und sechs. Da rennt uns schon wieder die Zeit davon. Jetzt, wo ich gucke die Bein noch hätte, machen aber nichts. Aber acht Stück mehr schaffen wir immer noch. Und nochmal. Acht. Ja. Sieben. Steck Bauchmuskeln. Die sind so wichtig. Zur Unterstützung deiner Wirbelsäule brauchst du die. Sieben. Letzten drei. Jetzt aber wirklich. Zwei. Schön. Und dann stellst du den Fuß ab. Locker. Immer mal hier die Schultern. Und hol dir wieder deine Wand dazu. Stimm mit dir bitte. Steig mit deiner linken Fuß ein. Und kräftig runter und wickeln. Dass dein schöner Zug drauf ist. Zieh die Hähnbogen nach unten. Gute. Tacker dir am Boden fest. Gerade Handgelenke. Und kickst wieder nach oben. Versuch das Knie mal zum Fuß voran zu ziehen. Mal schau mal auf dein Bein. Das locket ganz schön hin und her. Gut. In diese Richtung. Arbeiten wir nicht so. Oder? Schau mal hoch. Oberschenkel vor der Seite. Strecke deine Knie direkt. Ja. Das sieht super aus. Gesicht entspannt. Auch immer. So. Sicher. Arbeiten wir nicht an die nächste Tür. Und dann haben wir keine Tonne. Sieben. Sechs. Fünf. Ja. Es fehlt uns nur noch diese beiden Baumbuskeln. Machen wir gleich. Zwei. Und löse. Endgültig kannst du deine Hände hier befreien. Lass das linke Bein oben. Stütz den Kopf. Geh mit dem rechten Ellbogen. Und nach oben. Und versuch mal beide Schulterblätter zu lieben. Das eine Schulter wird deutlich. Das andere. Ganz leicht. Wenn du schwerer Arm bist, geh entweder das gestreckte Bein mit. Und ziehst du das Knie schön nach oben. Zieh dich jetzt schön nach oben. Das sind deine letzten paar Überholungen. Die schaffst du jetzt noch. Jawoll. Das sieht heute wieder richtig gut aus. Und ich glaube, du bist jetzt wieder recht aufgewärmt, dass wir noch zusammen noch beide ummachen können. So. Ja. Ich glaube schon. Entweder Knie oder gestreckt. Jetzt bitte konzentrieren deine letzten schönsten Acht. Sieben. Sechs. Überfüß noch mal. Wenn wir besäumen. Bleib auf der Matte. Drei. Zwei. Und abstempeln. Leg eine Hand zur Seite. Und dann schieb die Knie nach rechts, nach links. Bleib mit der Liege. Und mach mit dieser Übung weiter. Das fühlt sich für dich an. Das ist eine kleine Entspannung. Aber für deine Rücken, für deine kleine Rückenstrecke am Lenden, wenn du bereit bist. Das ist immer noch eine Übung. Die werden jetzt hier schön aktiviert. Du bist sehr gut gut. Du atmest kräftig und versorgst dich jetzt mit Dauerstoff. So dass der Rücken wirklich den ganzen Tag für dich unterstützend bereitsteht. So ansonsten sind wir bereit für die nächste Einheit. Ich danke dir für's Mitmachen. Du hast die Woche schon ganz, ganz toll gestartet. Mach's jetzt entweder gleich noch weiter mit dem Heber auf Beine hoch. Oder wenn du weiterziehen musst, mach nichts, heute Abend die Barbara. Die wird dich auspowern. Keine Sorge. Um 18 Uhr macht sie Cardioworka. Um 18.45 Uhr noch mal Bodystyling. Und nicht vergessen, heute Abend ist die Ziehung unseres Kuntürchels. Ich sehe den Gewinn schon vor mir. Aber ich war gerade nichts. Du musst heute Abend noch mal richtig schön schwitzen. Und dann werden wir den nächsten Gewinner ziehen. Wenn du mitspielen möchtest, advent-at-ages.de ist deine E-Mail. Schreibt, ich will gewinnen deinen Namen. Und dann bist du in deinem Brustort. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz liebe Grüße aus den Eltern. Wir vermissen euch wirklich sehr. Hoffen, dass ihr am Balltag macht mit uns weiter. Und dann denkt uns hoffentlich in der Frühstunde wieder. Liebe Grüße, euch Welt. Geist. Musik 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 Musik